Hallo und herzlich Willkommen auf unserem Techmas Channel. Im heutigen Video stellen wir euch die besten Bluetooth Gaming Headsets unter 100 Euro vor. Ihr bekommt einen sehr guten Überblick über die Angebote und könnt euch für ein Gaming Headset entscheiden, das euren Vorstellungen perfekt entspricht. Wie immer haben wir alle Produkte unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit dem Video. Als erstes haben wir das Alienware 510 Hard 7.1 Gaming Headset. Du entscheidest dich für ein Headset, das sich mit einem 7.1-Horn verwöhnt. Du profitierst von einem glasklaren Klang, das jedes Game realistisch untermalt. Das Headset bietet tolle Trageeigenschaften. Es ist leicht und die weichen Ohrmuscheln sind auch über einen Zeitraum von mehreren Stunden angenehm zu tragen. Das Mikrofon ist im Headset integriert. Möchtest du das Modell als Kopfhörer nutzen, kannst du das Mikrofon einziehen. Das Kabel hat einen Durchmesser von 3,5 mm. Es ist austauschbar, sodass du das Headset auf verschiedenen Plattformen nutzen kannst. Das 510H 7.1 Gaming Headset von Alienware kostet 79,99 Euro. Als nächstes haben wir das Razer Barracuda X. Mit dem Razer Barracuda X nutzt du ein Gaming Headset mit einem besonders klaren und authentischen Sound. Du kannst das Headset mit dem PC, aber auch mit deiner Spielkonsole nutzen. Die hohe Kompatibilität wird durch den USB-C Konnektor erreicht. Dieser Multi-Konnektor ist mit nahezu allen Systemen kompatibel. Auch bei langen Gaming Runden profitierst du von einem bequemen Sitz. Das Headset hat ein geringes Eigengewicht und große, angenehm gepolsterte Ohrmuscheln. Nichts drückt und du kannst auch lange Games ohne Einschränkungen genießen. Das Razer Barracuda X-Headset kostet 79,99 Euro. Es ist in verschiedenen Farben erhältlich. Weiter geht es mit dem Logitech G435. Das klassische Design eines Bluetooth-Headsets hebt sich beim Logitech G435 durch eine attraktive Beleuchtung über beiden Ohrmuscheln ab. Im Gegensatz zu anderen Modellen wird das Mikrofon nicht ausgeklappt. Zwei Mikrofone sind in die Ohrmuscheln integriert. Somit überzeugt das Logitech G435 mit einem schicken Design. Dies ist aber nicht alles, auch der Klang stimmt. Die Trageeigenschaften sind komfortabel. Die großen Ohrmuscheln sind weich gepolstert und liegen angenehm an. Auch bei längeren Partien kannst du das Headset ohne Pausen tragen und dich ganz auf dein Spiel konzentrieren. Das Eigengewicht ist sehr gering. Der Akku hält bis zu 18 Stunden durch. Die Tonausgabe ist mit Dolby Atmos 4 kompatibel. Das Logitech G435-Headset kostet 62,99 Euro. Nun habt ihr die besten Bluetooth-Gaming Headsets unter 100 Euro kennengelernt. Hat euch das Video gefallen? Ihr möchtet kein neues Produkt verpassen? Dann abonniert am besten gleich den Tecmas Channel, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr werdet regelmäßig über aktuelle technische Produkte aus allen Bereichen informiert. Für heute verabschieden wir uns von euch und sagen Tschau.